ja willkommen zurück fahrt bei sechs jetzt müssen wir da hinten hin wochen irgendwie fährt hallo das brauche ich jetzt machen ja lauf der lese der kirche ich muss paulo helfen seine schulden bei einem schmuggler zu begleichen verstanden so da sind wir aber hier ist noch was drin ach das ist oben bestimmt gucken wir mal jetzt an was hast du jetzt zu sagen schießen durch um er muss hier sein bist du bei ich erkenne sind da wenn ich ihn sehe willst du mich nicht mal begrüßen du arschloch wenn du mich verarschen willst danny verkauf ich deine organe an die yankees und ich weiß dass paulo schulden verschwinden wenn ich dich erschieße nein du hast regeln du tötest aber du bist kein mörder mierda du hast mich erwischt und was macht das aus dir ich töte guerrieros ich töte auch soldaten alles nur geschäftlich man kann einfach so tun als wäre man neutral mein vater war ein guerrierer 67 nach der revolution schlüpfte er eine schicke militäruniform 30 jahre später kommt es zu seiner überraschung zu einer neuen revolution mit neuen guerrieros zum dank kriegt er eine kugel in den kopf er wurde in seiner schicken uniform verscharrt bist du bereit für deine uniform rochers das könnte ich dich auch fragen wieso das eben warst du noch im priestergewand ich mag dich dann jedoch aus machen wir geschäfte scheiß beim weh guapo so okay rochers du musst meinen schlüssel von meinen geschäftspartnern abholen wo sind die im hotel meine partner heißen dimitri und wasili sie sind russen und zwillinge ich mache es dir einfacher und schicke ein foto zu gütig angeblich ist güte die niedrigste form der manipulation das ist ein einfacher job rochers besorg mir meinen schlüssel und paolo wird dir dankbar sein ich will nicht paulos dankbarkeit sondern seine schulden begleichen das wollen wir alle rochers vor allem mich gut ich besorg dir den schlüssel aber dann sind du und paulo quitt verstanden ich liebe dich rochers bis dann so neues foto ah ok kommt doch traut euch damit du bist du da 800 meter so wir sind da das ist ein feindliches gebiet ok 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 ejo dann gucken wir mal ob wir hier einfach so rein dürfen so 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 das nehme ich mal als ein dankeschön das nehme ich mal als ein dankeschön so 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 den Schlüssel den Schlüssel muss ich finden, ja kann sein, dass es hier cool ist so 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 ich habe ihn von einem toten russischen vor also hoch has der schlüssel öffnet einen sef im hotel ich brauche das schwarze Buch das da drin ist was ist denn in für dich Da muss ich da nochmal über einen Kilometer weg. So, da sind wir wieder. Ja, wir schwimmen gerade hier hin, jetzt haben wir schon ein Gebiet. Du versteckst dich nicht. Ja. 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 Wäre noch ein Sniper. Wäre noch eins, Sniper. Wäre sie frei, würden diese Tiere jede Menge Unheil anrichten. Dann lassen wir sie doch mal frei, oder? Oh, ein gepanzert. Jetzt gehen wir ab. What the shit? Ich soll sie für dich ausschalten, ne? Siehst du, deswegen mag ich dich, Horras. Leg die Soldaten nicht für mich um. Tu es für Paolo. Oh shit. 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 Ich werde es warten. Soldaten ausschalten. Ja wo? Ach da oben. Bye bye. Hier nicht, Mission aufgefüllt, das Viecher ist hier noch dahinten, so muss man ausschalten. Den Safe öffnen, da drin wusste ich es doch, aber ich gehe mal über die Brücke, ich weiß ja nicht was das für Viecher im Wasser sind. Fuck! Alter! Wo kommst du denn her? Alter! Alter! Fuck! Woah! Schlüssel! Bambi, ich bin fertig. Ich hab dein Buch. Glaubst du nicht, dass ich mehr drauf hab? Beweis es. Ich muss dir gar nichts beweisen. Sag mir wo wir uns treffen. Ich bin am anderen Ende der Nordbrücke des Hotels. Ja. Ah, andere Seite. Ich hab da noch mal ein bisschen Sachen mit. Und all das für ein Buch. Ich bin ein Buch. Dann bin ich, das für ein Buch. Ich bin dein Buch. Und dann bin ich. Ich bin dein Buch. Buen trabajo, Rojas. Danke, dass du meinen neuen Hafen gesichert hast. Ich dachte, du bist das Buch aus dem Schelf. Kann ein Mann nicht beides haben? Natürlich ist das Hotel Villa Jodía das wahre Juwel. Der beste Schmugglerhafen an der Südküste. Du brauchtest nur jemanden, der die Konkurrenz ausschaltet. Die Russen haben hier gutes Geld verdient. Und mit dem Buch und dem Namen korrupter Beamter fließt dieses Geld jetzt zu mir. Wir sind hier fertig, aber du hast noch reichlich zu tun, Rojas. Du hast einen Teil von Paolos Schuld beglichen, aber längst nicht alles. Keine Sorge, ich hab noch mehr Arbeit für dich. Ach, Lützer. Zeit, Schulden abzuzahlen. Alle bekommen ihren Anteil. Wollte ich nicht voll zum Ausrufezeichen. Depot ist aufgedeckt. Jetzt, dann schauen wir uns mal an, was der noch zu sagen hat. Ich habe ein paar Kunden, die unbedingt aus diesem Paradies raus wollen. Du wirst ihnen dabei helfen. Ich hab dir einen Lastwagen dagelassen. Benutz ihn, um meine Kunden zu den Docks zu fahren. Dort wartet ein Schiff. Die Docks werden gut bewacht. Also musst du dich etwas anstrengen, um kampflos an ihnen vorbeizukommen. Da kommt Rafael Merrero ins Spiel. Er ist Fälscher und ein sehr wichtiger Kunde von mir. Seine Papiere bringen dich durch. Erledige das für mich und Paolos Schulden sind beglichen. Alle gewinnen. Wenn das Boot ablegt, legt es ab. Käpt'n Opfi ist am Start oder was? Oh, 2300 Meter. Aber wie es weitergeht, sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein.